So, liebe Leute, wir ernähren uns den Granator, den weltbekannten, weltberühmten Kachschwein-Kennzimmern. Das ist der Müllstadt am Müllstädtersee, hat übrigens nichts mit Granaten zu tun, sondern mit dem Mineralgranat, das hier in der Umgebung irgendwo abgebaut worden ist, irgendwie sowas. Wir müssten jetzt eigentlich so, ich weiß gar nicht, wie hoch das ist, aber so knapp 2000 Meter Höhe sein. Jetzt, in dem Moment, ist übrigens auch Sonnenaufgang, wie man sieht, ja, keine Ahnung, in welcher Richtung. Wir schauen mal, ob da eine Höhe an, wo wir es. Ah, es war jetzt auf jeden Fall ein bisschen anstrengend. Da hoch, aber jetzt sind wir es dann nur noch eben, Gott sei Dank. Ist jetzt irgendwas in der Höhe. Den Granaten selber auch nicht, oder? Es hat 15 Grad, es ist windig. Ich habe noch kurz ein MX-T-Shirt an und mir ist heiß. Ich schwitze wie ein Schwein. Ich stelle da nichts an, wie er. Na, okay, muss ich mal im Internet schauen, wie hoch wir sind. Na ja, jetzt machen wir auf jeden Fall mal die erste Pause, weil der alte Opa ist ein bisschen fertig. Okay, wir sehen uns dann später wieder.